Hallo, mein Name ist Nasja Ambrosch, ich bin die Eheglück-Expertin mit meinem Mann. Und mein Name ist Karl Wiesner, ich bin der Eheglücksexperte. Und gemeinsam sind wir schon 23 Jahre glücklich verheiratet. Und wir haben ein besonderes Programm entwickelt, wie ihr Eheleute noch besser zusammenleben könnt, Konflikte lösen könnt und ganz schnell wieder in viel Freude und Lebendigkeit kommt. Wie gesagt, die 21 Geheimnisse des Eheglücks. Wenn ihr daran interessiert seid, diese 21 Geheimnisse des Eheglücks kennenzulernen, und das nehmen wir stark an, dann schreibt euch ein in unseren Newsletter, die 21 Tage sexy und happy Beziehung, jetzt. Danke, ciao.